Jo, olla, gerade sagten sie im Radio, heute ist der erste Sommerferien Sonntag. Ist ja auch ein interessantes Wort, da ist bestimmt auch irgendwann ein Mensch erfunden, äh, verfunden. Sommerferien Sonntag, und zwar der erste. Dann machen wir jetzt mal rückwärts. Der erste Sommerferien Sonntag. Rückwärts. Out of the brain, not reading from the paper, yeah, rock'n'roll. Gartenhaus, nirevremos, özre, re. Ganz weiches D machen. Und bei dem S natürlich, Sommer muss man machen, nicht S. Also das ist falsch, ne, muss man sich schwer verkonzentrieren, ne. So, dann würde ich mal sagen, ey, einen schönen Gartenhaus und Tugtwahl. Schlaft gut. Hehehe. Ha ha. Auf Wiedersehen.